mit festem schritt voraus so wie es aussieht gibt es hier unten keine gegner auf mein kommando also kann ich eigentlich in ruhe den einzelnen zwerg hinschicken für den orden folgt mir sofort und los hier bin ich meine axt wartet schon auf meinen befehl das ist euer letzter fehler ja die ahnen rufen und auf mein zeichen verstärkung zu meilen lassen auf geht's und die verstärkung mit am sehen feld sammeln auf meinen zeichen vorwärts auf meinen befehl zu allem entschlossen hat voraus endlich wieder kämpfen nur zu dem schritt war auch die ahnen rufen und was ist deine falle geht es los auf mein zeichen so dann haut hier mal alles zu klump ok innere festung hatten helden monument ja das ist schon praktisch nebenbei helden ja das ist genauso praktisch die metallismus austauschen na komm packen wir den kämpfer erst mal mit rein klick so ein graues totem magierschild spinnseitenrube das ding den und den bereit folgt mir und ja ich sollte weiter kämpfen weil der gegner ist ja noch nicht geschlagen und das misspawnt hier auch hier sofort nur zu hier bin ich nur zu kommt nur her hier mir nach für die freiheit folgt mir sofort das ist euer letzter fehler das kämpfer also zwei von denen wobei die meine von denen das ist euer letzter fehler die kämpfer sind vier mit stahlpanzer ach so deinen trage ich ja auch gut oder ich soll eigentlich so einen anziehen ausdauerintelligenz weisheit die ahnen rufen und lasst sie nur kommen wer hat da die nutze ab geht auf geht's die ahnen rufen und auf geht's so macht er platt bitte so wo waren wir bei dir stehen geblieben kann es ruhig so einen haben und so einen wie sieht es eigentlich bei mir selber aus stumpfes kurzschwert ne danke ja bögen auf sieben bringen soweit ich äh heilung auf fünf habe da habe ich jetzt den an ja äh äh rufen mäßig kann ich die hier noch nicht tragen helm trage ich den guten schon ja ein einfacher diebes helm kannst du nicht tragen kannst du auch nicht tragen könntest du tragen ja aber rüstungsklasse ist besser ring mäßig oh linings ring nee hat eine schlechtere rüstungsklasse da könnte ich aber siegelring der utraner gegen austausch kommen der hat nämlich gar keine tränen eines szenenlosen wesens oh kriegerin questbuch wurde aktualisiert habe ich die seelensteine ja springt die seelensteine zum ort tank spinnseidenrobe und nopal gibt es hier noch was plünderbares gerade sehe ich nichts äh lag da ein gegner rum noch die truhe habe ich auch die beiden habe ich noch nicht meine axt wartet schon marschieren los oder kümmere ich mich noch die und ja kann die kämpfer grad wieder austauschen gegen sie hier gegen sie hier sie kann auf jeden fall den hier tragen so eine was kann sie denn tolles eigentlich erdmagie ja den schild und okay große schlag waffen sollte sie den da nehmen dann fängt doch der helm auf jeden fall mit stahlhelm wahrscheinlich ist das klügste und ja stärke ja machen es so verstärkter lederbeinling unter jeder wo ist der feind und ein paar andere sachen hier bin ich vorwärts vorwärts auf geht's ja innere festung wird von ja durchquert das portal über den lavasee auf dem höchsten punkt der alten feste wird der zugang zu kurschers todsaal liegen das portal der spitze der feste führt über einen lavasee zu den ruinen der inneren hallen und dort ausstellt kurschers seine horde zu befehligen ja ja er sucht kurschers tor und so hier die zerfeinderten resten der einspächtigen hallen wartet irgendwo kurschern der knochen mit meinem auf sein schicksal der kurweweil wird gut bewacht sein ja da ist kurschers da ist der eingang zu ihm zu befehl vornenkrieger zu mir zu befehl von verzichten von vornenkrieger zu mir zu befehl von standhalten männer zu befehl vorwärts krieger wir werden angegriffen schlag sie zurück die rune für die rune schlag sie zurück noch ein wittstallpatz mit stahlhelm die ruhe auf mein zeichen so du kannst zersetzen und berserken du kannst mal darauf schock werde schock du kannst einfach mal deine ausdauer auf sprechen auf mein schleichen sofort und los ja und wir müssen hier dann alles mal vorwärts deutlich säubern zur ehre auch nie ist verstärkt die deckung schlagt sie zurück bereit mir nach ja zersetzen ist es sehr mächtige fähigkeit weil sie die rüstungsklasse des gegners ziemlich stark sofort schnell und los für den orden schließt die reihen feindlicher angriff mir nach schnell und los für den orden sie sind überall vorwärts sofort schnell sofort mir nach folgt mir folgt mir folgt mir für die freiheit mir nach vorwärts nicht vorwärts sofort für die freiheit schließt die reihen verstärkt die deckung mir nach und los für den orden ja wenn wir gegen korscher kämpfen brauchen will auch wahrscheinlich schlacht sie zurück auf mein zeichen sofort für den orden vorwärts sehr viel zeug folgt mir zur ehre aoni es feindlicher angriff sofort für den orden sie sind überall feindlicher angriff zu befehl unverzüglich stehe bestanden schickt sie zum seelenfluss hier schließt sie rein sie sind überall bei in im Das war's für heute.